Hallo, mein Name ist Joanna und ich bin Werner. Wir beide arbeiten im Learning Layers Projekt zusammen. Das Learning Layers Projekt versucht Tools zu entwickeln, um auf der Baustelle und im Prozess der Arbeit in Zukunft besser mit digitalen Technologien unterstützt lernen und arbeiten zu können. Uns geht es dabei weniger um die Entwicklung von Hardware, sondern um die Entwicklung von Apps und digitalen Lernhilfern. Diese Lernhilfer müssten wir Ihnen auf dieser Webseite vorstellen und auch zeigen, wie sie von unseren ersten Nutzern eingesetzt worden sind. Auf den folgenden Seiten finden Sie also Informationen über die Apps, über die Tools, die wir derzeit entwickelt haben, die auf dem aktuellen Entwicklungsstand sind. All diese Apps und Tools werden permanent weiterentwickelt und dafür brauchen wir Ihre Rückmeldung, Ihre Informationen, wie Sie diese Tools einsetzen, was Sie gut finden und was Sie vielleicht auch nicht so gut finden an diesen Tools. Damit können wir tatsächlich noch bessere Lösungen für Sie entwickeln. Und dann geht's weiter. Mehr Informationen auf der Hölle порядung zu machen! Gограф papalare! 1. Untertitelung des ZDF, 2020